Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Rotary International. Service above self. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Ahorn TV. Wir stehen hier in der Nähe von dem Stadion. Da sieht man auch im Hintergrund Stadion Chinatown Station. Weil es ist komplettes Vancouver Canucks Fieber hier. Heute spielen nämlich die Vancouver Canucks wieder gegen die Sharks. Und dazu haben wir das Interview ausgegraben mit dem Christian Ehrhoff, das wir vor einigen Monaten mit ihm gedreht haben. Das ist ziemlich cool. Wir haben es jetzt mit Untertiteln reingesetzt für unsere englischsprachigen Landsleute. Und schaut mal rein bei www.ahontv.com oder auf YouTube. Einfach Ehrhoff eingeben, Ehrhoff und Ahorn TV. Ja und wenn man von Vancouver spricht, dann dreht sich ja sehr vieles immer um Städteplanung, wie die Zukunft aussehen sollte. Und zu diesem Thema Zukunft der Stadt Vancouver hat Professor Dr. Michael Goldberg einen Vortrag gegeben an der UBC hier in Downtown Vancouver in Robson Square. Und wir sind eingeladen worden von der Downtown Vancouver Association, um mal da zuzuhören und ihn später zu interviewen. Schaut mal rein. Just carry on. Don't get me. People think, well he must be absolutely out of his mind, but single family neighborhoods are at risk if we shrink wrap them and freeze them. Because people talk about the rate we're going, my kids can't, and then you can fill in the blank, they can't live here, they can't breathe the air, they can't afford stale bread. The reality is that we have neighborhoods which are not really functional. The reason they're not functional is that they have a demographic which requires people to move when they reach a certain age and the neighborhoods don't renew themselves. So the paradox is by keeping neighborhoods the same they're slowly going to die and the central neighborhoods will become terribly overpriced. Michael, first of all, thank you very much for this great introduction about your views of Vancouver. And now, what do you think of that opinion my German colleagues had when they were here during the Olympics? They said, Mass, you know what we have really noticed is that the Canadians want to be nice to everyone. What do you think about that? Does it work actually? I think it does. I mean, it's really interesting. You see at midnight, red light that says don't cross, people don't cross the street. And it's not that we're slaves. It's just that people say you don't cross a light. It's a sensible rule. So why not be respectful? So I think Canadians are very respectful of differences and they're respectful of sensible rules. Where there are rules that are stupid like marijuana, they're not respectful of those rules. People smoke marijuana, grow marijuana. Well, you see where I'm getting to because we talked about the houses which need that view to the mountains. And in a certain sense I have the feeling that the city council tries to not to step on someone's foot of certain groups. What do you think about that? That's why the decision making is so difficult. Well, the groups that are not stepping on are the entrenched white middle and upper class groups. It's not immigrants. So the neighborhoods that are being protected are the neighborhoods that have been single family since the city was founded. They tend to be inhabited by middle and now upper income people. Some ethnic groups have moved in, but it's not a desire to protect. To me, it's more an issue of not exercising leadership. Because the council is elected for the whole city. And when we have an election, I vote for ten city councilors. And the ten with the highest votes from the whole city win. So their responsibility is the city. It's not the neighborhood. And to me, it's just a lack of vision and conviction to say, no, this is where we see the city going. And we need to ensure that the city is successful. So see it more in a macro way than the microwave. Exactly. And not let, we have, I don't know if you have this expression in German, but here is a very popular expression called NIMBY, which is not in my backyard. So everybody says, we're not against density. We just want it in the other neighborhood, not our neighborhood. And of course, when every neighborhood says that, if council respects that, we never get density. You know, what makes a city livable? I mean, I'm sure everybody would look at a place like Frankfurt with the walking street and say, this is wonderful. This is what we like. And in downtown Frankfurt, they close the main street to turn into a pedestrian. Could be Granville street. Exactly. So when we look at the images of what we like in a city, they're invariably these European images, which are dense, exciting, lots of people. So we have to go and show that the things that people want in a city, you can only get through density. And that rather than fearing density, we can use it as a tool. And I'm not saying densify the whole city. I'm saying be very selective, be very clever about it. And we can create really nice neighborhoods with more opportunities in terms of housing, in terms of shopping, in terms of legal and other services. What do you think of the social mix? So having low income housing at the bottom and a million dollar apartments at the top. It works very well, actually. Where I live in Cold Harbor, directly across the street from me is a publicly owned building. And it's got 25 percent assisted rental, subsidized housing, and 75 percent full market rental. And all the other buildings around are reasonably expensive condominiums. It's done nothing to diminish the neighborhood. We talked about this NIMBY effect. That happened on Hornby Street when they were, for a certain period of time, they were opening up hard to core housing in a very rich neighborhood. Do you think that was the right move of the city council? The only reason I don't think it makes sense in that case is that the land is so expensive. So if I'm making a public investment in affordable housing, and it's not because I want to segregate the poor, but I would like to buy the cheapest land to make the most housing so that more people can enjoy good housing. And I wouldn't put it in the most expensive place. It doesn't mean I'd put it in a low income ghetto, but I would try to balance land costs that were low with availability of schools and other services. So I'm not opposed to it. I don't think it... I think we've demonstrated in Vancouver that you can mix income groups very well. It's not an issue. It's just a question of how do we get the most value for our public housing dollar. And to me, that means being clever in terms of when you buy, hopefully on a down cycle, and where you buy, hopefully in a place that's not too expensive. Do you think Vancouver is a world-class city? It is. Or is it just a global city? It is and it isn't. It's world-class in many ways. It's also become very smug and very self-assured. We've done some wonderful things, like putting lots of people living right downtown. That's going to be terrific for all time because the downtown is going to be exciting. What we've got to do is allow that excitement to come out. We have to deregulate our liquor laws and the licensing of restaurants. And we just have to make the city more interesting. We have to put in pedestrian streets the way you have all over Europe. I'm sure Europeans will be stunned that this city, which is so proud of itself, does not have a single pedestrian street. I'm still stunned that the liquor laws here. I mean, they're much better than they used to be. We used to have 28 different licenses for a restaurant. We're now down to two. Yeah. So that's a step in the right direction. I think there were lots of ideas that we could learn from the rest of the world and say that those are interesting. Let's try them. If they don't work, then we don't do them again. Professor, thank you very much for your time. Danke. Bitte. Hallo. Jetzt ćete! Sustainability. Der Schlagwort. Dazu gab's eine Expo, wieder mal. Die EPIC Sustainability Expo. Da sind wir hingegangen und haben's mit einigen Firmen unterhalten und ihren Produkten. Ziemlich cool. Schaut mal rein. Wow. Today we're of course talking about sustainability, we're here at EPIC. Welcome everybody to the EPIC Sustainable Living Expo. Was do you think, George, you've done, I know you've done quite a few laps, I don't know how much you've actually had a chance to see, because you're always posing for pictures of people, but I assume you absorbed quite a bit. What do you think? A lot of it, yeah, I'm really, I'm particularly impressed by the fair trade section. I think that's really the way to go. You know, we live in a culture that is basically successful because of what the people who came before us, how they took advantage of other places around the world. And that's really the North American story is, you know, the settlers taking advantage of everybody else. So watching generations of people try to address some of that with fair trade is really exciting, especially today being, you know, fair trade day and all. So that was the thing that I'm most excited to check out over there. So that was, you know, it's very, everything is really cool. I mean, just living sustainably is what you ought to be. Absolutely. And you know what? We even have sustainable beer in Vancouver. Go Vancouver. No kidding, right? Got a race for a spin. So this is a German product. It comes straight from Germany. The product is made out of titanium, which is a natural non-toxic metal. You cook with no oil or butter on the surface of this cookware. The entire thing goes in the oven, including the knob, lid, and the handle. Titanium is actually medically proven to be good for your body. They use it in dentistry as dental implants, hip replacement surgeries. You're not supposed to scratch it, correct? Titanium is actually the hardest thing after diamond on a hardness scale. So this is fine. You may use metal fork, but just be gentle. Don't dig a knife into it. It's quite heavy actually. And it is made in Germany, huh? It is made in Germany. So it's not like it says made in Germany, but actually it's made in China. No, this comes straight from Germany. Yeah, Uli, wie kommst du dazu eigentlich thailändische, das sind thailändische Artikel, die du hier verkaufst, richtig? Und anbietest? Ja, also das passiert ganz leicht für einen Deutschen, der nach Thailand geht. Das ist ja eigentlich natürlich. Wer aus Deutschland kommt und in Thailand antanzt, sieht oft wunderbare Möglichkeiten, sich dort zu entfalten. Und ich dachte mir, ach, dann mache ich das in Vancouver. Wie ist dein Bezug zu Vancouver? Ja, auch hier bin ich vor 30 Jahren angekommen als deutscher Hippie, 20 Jahre alt, einmal ein Jahr weg. Und dann war ich schon hier nach einer Woche in Britisch-Kolumbien und ich fand das absolut wunderschön. Und selbst für deutsche Verhältnisse noch freier hier. Ja, also so bin ich hier geblieben. Also das heißt, es lohnt sich, Waren aus Thailand nach Vancouver einzuführen als Deutscher. Das ist ganz interessant, weil, ich meine, ich frage natürlich speziell, weil Vancouver ist jetzt momentan ja nicht so gerade gemütlich wegen dem ganzen, wegen dem Regen und dann auch noch dem kalten Wetter. Das muss ja eine ziemliche Umstellung sein, oder? Wir haben ja sogar in Deutschland, glaube ich, 27 Grad und hier ist es nur 14 Grad. Ja, wir machen eben dann das kleine exotische Thailand in Vancouver. Wir marketen das schöne Thailand in unserem Laden. Du kommst in unseren Laden rein und da hast du dann ein fantastisches, exotisches Gefühl. Was ist so sustainable an der Ware hier? Weil wir sind ja auf der Epic-Exhibition. Ist das Hanfkleidung? Zum Beispiel, also für mich erstmal eben unsere wunderbaren Möbel. Das ist alles aus alten Wagenrädern gemacht. Hier zum Beispiel siehst du das Wagenrad in diesem kleinen Tisch hier. Das ist ausgeholt vom Wagen. Dort ist der ganze Wagen Tisch. Wo kommst du selber her? Aus welchem Teil von Deutschland? Ich komme aus dem Rheinland. Ich bin aus Bonn, Jodesberg. Bonn, Jodesberg. Willst du noch eine Message unseren deutschen Zuschauern in Deutschland geben? Also liebe deutsche Zuschauer in Deutschland, ich grüße aus Jodesberg und Vancouver, Thailand und noch dazu hier. Alles klar. Danke Uli und viel Erfolg hier auf dieser Convention. Danke dir. Ja, the bed frames are made out of FSC certified plywood. It's a non-toxic product. Susi, was ist das Besondere an dem Bettgestell und der Matratze? Das Besondere an dem Bettgestell ist, dass es ein non-toxic Material ist. Es ist LEED certified. Das finde ich, ist actually food safe. Also Kinder können es ablecken und haben keine Chemikalien in ihrem Körper. Wir haben es produziert, weil wir die Shippingkosten, also die Transportkosten reduzieren wollten. Wir verpacken es in zwei Boxen. Man kann es selber zusammenbauen. Wenn man umzieht, kann man es auch wieder in die zwei Boxen zurückbauen und umziehen damit. Das ist kein großes, riesiges Bett. Und wo ist es made? Also alles in Vancouver Island? Alles auf Vancouver Island. Wir haben einen ganz kleinen Shop. Unser C&C Cutter, der die ganzen Schnitte macht, ist fünf Minuten von uns entfernt. Wir machen viel mit unseren Kindern im Haus. Unsere Kinder helfen mit. Und deshalb ist es für uns absolut wichtig, dass alle Produkte, die wir in unserem Shop haben, absolut umweltfreundlich sind und auch gesund für unsere Kinder. Wir wollten einfach ein Produkt haben, was ein bisschen auch wie in Deutschland ist, weil wir hier die Slats hast. Hier in Kanada ist es üblich, dass viele Leute Boxingsysteme haben. Aber das gesundeste Schlafen ist eigentlich, wenn die Luft zirkulieren kann ums Bett rum. Und das war uns einfach wichtig. Und es ist einfach weniger zu shoppen. Es ist egal, wo man ist. Ist die Matratze auch bedbugsicher? Das ist ja ein großes Problem hier. Genau. Das ist 100% Latexmatratze. Gem vom InBed Organics ist eine der... Ihre Kinder waren krank. Ihre Kinder haben ganz viele Allergien. Damals hat sie recherchiert, was für ein gesundes Bett ist. Und dann ist eben drauf gekommen, dass das eigentlich das beste Produkt ist. Alles Cover, die ganzen Stoffe sind alle hier produziert in Vancouver. Das ist ja super. Das heißt, wenn man zum Beispiel größer ist und ein längeres Bett braucht. Wir arbeiten zusammen und machen auch ganz spezielle Kundenwünsche wahr. Ja, Susi, dann... beziehungsweise Susanne, oder? Eigentlich Susanne, ja. Das ist ein verenglischster Name. Ich habe ja in Kanada ganz viele Namen. Susan, Susi, Susi. Aber Susi, wir müssen jetzt auch weiter, weil wir haben ja noch einige andere Buden, die wir besuchen wollen. Vielen Dank für die Kurzeinführung und wir werden deine Website bei uns einblenden. Und vielleicht kriegst du ja ein paar Interessenten dafür, weil das ist ja wirklich sehr interessant, gerade heutzutage auch mit diesem Bad Bug Problem. Genau, und ich spreche Deutsch. Ah, on top of that. Genau. Susi, vielen Dank. Dann machen wir es so. Simon, was macht das Gerät genau? Das ist ein Akkuladegerät für das iPhone. Es hat ein Apple Approval, es ist made for iPhone und es hat ein Solarpanel hinten dran. Das heißt, diese Batterie kann man aufladen durch die Sonne und auch durch Licht, Innenlicht. Es funktionieren nicht alle Lichtsorten. Und natürlich auch USB. Ja, aber dann zeigst du doch mal, also wie einfach ist es, das Telefon einzusetzen, damit die Leute auch sehen, wie... Das iPhone ist hier. Sagen wir mal, die Batterie des iPhones ist jetzt leer. Man drückt einmal hier drauf und man sieht, wie viel Batterie, wie viel Ladung ist hier in diesem Sleeve drin. Man drückt zweimal und es fängt an, das iPhone wieder aufzuladen. Die Kapazität dieses Ladegeräts ist die doppelte des iPhones. Das heißt also, die Energie wird in dem Ladegerät erstmal aufgeladen und dann gibt sie es weiter an das iPhone. Genau, wenn man das dann sagt. Weil der Grund dafür ist, damit das iPhone nicht sporadisch durch die Sonne aufgeladen wird. Das wäre nicht gut für die iPhone-Batterie. Ja genau, also es wird nicht in Real-Time aufgeladen, sondern es ist immer vorher aufgeladen das Gerät und dann gibt es weiter die Energie an das Telefon. Ganz genau, ja. Gretchen, du sprichst also Deutsch? Nein. Aber du verstehst mich. Ja. Warum dein Name ist Gretchen? Meine deutschen Ancestoren kamen vor 300 Jahren in Nordamerika zu Nordamerika. In fact, haben sie das erste permanenten Settlement in Jamestown, Virginia. Ich war in Pennsylvania und in Upstate New York. Und mein German name Gretchen kommt aus meinem Skiing. Es war ein nicknames gegeben. Ja. Ich bin Teil von First Nations, auch aus Iroquois und Mohawk. Und so I'm sort of going back to a time when jewelry was really important for us. It was more than just bling, it had a meaning to it. It was used as gifts or trade or honor or for healing. And so I work with all natural stones with the exception of antique trade beads and antique buttons. But all natural stones and I work with that, the energy around that. So actually, if I understand it correctly, the Germans mixed up with the natives then in North America. I mean, anybody that's been in North America for over 300 years, most certainly has. We actually found out that 26% of the Americans, just United States, are of German descent. Yeah. Well, and if it were not for the native people, the Europeans would not have survived in North America. My ancestors, my farming ancestors, from the Mohawks and the Iroquois, taught the Europeans how to farm in this country. Jeff, what kind of motorcycles are these? So these are Zero electric motorcycles. They're plug-in fully electric. Okay, I'm a passionate Harley Davidson driver. And would you recommend or could you recommend something like this to a Harley driver? Or would you say, no, we have to wait for a bigger version? Well, you know, we have our DS model. This is our XU, which is the smallest model that we make that's an around town bike. We do have a DS model, which is a bigger bike, which is the other one that we have in the booth here. And, you know, for the guys that ride Harleys, you know, they're not replacing Harleys yet, but I tell you, they're great for just around town and commuting. You know, you don't want to get a big Harley out to ride three or four miles to work or, you know, do the smaller rides. And that's where these bikes really come in great. Since we talk about Harley, what about the sound? Does this have any sound? Because sometimes the sound is so important. Right. No, you know, this, it's different. So the, when people get on them, some people like that it doesn't have any sound and some people don't like that. It just, it's personal preference, but they're very, very quiet. You know, this, this bike, the only sound that it does make is from the chain. So, you know, most bikes usually make a chain noise, but you can't hear it because of the motor. So, you know, they're not completely silent, but they, you know, they're much quieter than any other bike on the road. How heavy is the bike with the battery? Is the battery actually as heavy as the engine itself? No, they're a little bit lighter. So this bike right here weighs about 180 pounds. Yes. And how fast did you say is it? This one here will go between 85 and 90 kilometers per hour. And it's a lithium battery? Right. It's a lithium ion battery, correct. How long does it take to load it up to charge? The charge on these is about, about two hours on this one and then four hours on the other bike because it has a bigger battery pack. And can we, can you exchange the batteries? We do offer an optional quick charger and that will take the charging time from two hours to one hour. Or if you have a separate battery, these batteries come out and you can change them in just a couple of minutes. So you can slide a battery out and slide a new one in and you can always keep one on the charger. So, you know, you're not stuck with a battery that's not charged. Can you actually do wheelies with this bike? Sure. Yeah, these bikes will wheelie for sure. Yeah, the dirt bikes are geared pretty low and when you open the throttle, you better be hanging on. It'll take off without you. You know, our dirt bike, we're already winning races against gas bikes. A lot of races in the, you know, in the short motocross tracks. That sounds unfair. Yeah. No, no, that's great. So you definitely do not get dirty fingers when you work on the bike. No, not at all. No, it's nice. Except the chain, of course. Yeah, exactly. But the other bikes are belt drives, so you don't even get that. Exactly. Thank you so much, Jeff. Thank you very much. I hear this in the morning so I can just say Guten Morgen. Okay? Thank you very much, George. How are you? You're very good. Do you have a good time? Yeah, absolutely. From Hamburg. We used to have a girl on our, who was a producer on our show, who was from Hamburg. Oh, this is awesome. German national, yeah. Jesus. She's in Aberlé. That's her last name. That's great. Great. Thank you very much, George. And yeah, and have fun now here. Nice to meet you. Yeah, they're already waiting for you. Thank you. Thank you. Thank you. George Strombopoulos, he is extremely cool. I really have to say, he was super nice and he asked us to answer and answer, although he really only had a minute of time. Yeah. Zur Epic Ausstellung gibt es so viele interessante Geschichten zu erzählen. Wir haben deswegen einen zweiten Teil für euch produziert. Für nächste Woche. Und da haben wir andere Firmen noch interviewt. Auch diese Woche wieder Beatrice Schreiber aus der Vancouver Art Gallery mit den neuesten Event-Tipps. Liebe Zuschauer, ich kann mich einfach wirklich nicht von der Vancouver Art Gallery in diesen Monaten trennen und stehe jetzt hier in der Ausstellung Walking und Falling. Eine Produktion mit Jim Campbell, Chris Marker und Edward Muybridge. Ganz interessant, weil wir hier mehr Paintings sehen und Installations. Und auch hier kann ich nur sagen, versuchen Sie die Vancouver Art Gallery zu besuchen. Am 27. und 28. Mai können Sie im Orpheum mit dem Conductor Jeff Tysik das Konzert A Night at the Cutten Club hören. Eine Solo bei Byron Stripling und Sie werden viele bekannte Blues und Jazz Melodien wiederfinden. Die Vancouver Art Gallery wird in diesem Sommer eine große Surrealism Ausstellung präsentieren. The Color of my Dreams. Es werden über 350 Werke around the world präsentiert, including Dali, Margret, Ernst, Miro und mehr. Gehen wir mal wieder nach Victoria. Am 4. und 5. Juni findet in der Universität von Victoria das Pacific Brand Carving & Art Show statt. Und es ist eine ganz ungewöhnliche Zusammenstellung von den besten Carvings und Kunstwerken, die gerade in der Universität eine große Anerkennung finden. Das Musical, was bis jetzt mit 35 internationalen Awards ausgezeichnet wurde, ist Wicked. Und das kommt nun zu uns ab 1. Juni in das Queen Elizabeth Theatre und ist die Untold Story of the Witches of Oz. Viel Spaß damit! Liebe Zuschauer, das war's mal wieder. Viel Spaß, Ihre Beatrice Schreiber. Ja, das war's dann auch schon wieder für diese Woche. Nicht vergessen übrigens, am 2. Juni Spargelessen im Alpenclub. Ihr bekommt 5% Discount beim Ticketeinkauf, wenn ihr zur Deutsch-Kanadischen Handelskammer geht, geht hier in Vancouver und uns angebt. Ahon TV. Nicht vergessen, 5%. Ja, und dann ist noch etwas anderes, was ich noch ankündigen wollte, nämlich Project Change. Vom 26. bis 29. Mai ist das Project Change Festival mit vielen Documentaries, Dokumentarfilmen. Keine deutschsprachigen, aber interessante Dokumentarfilme. Schaut auf jeden Fall mal rein in die örtliche Zeitung und informiert euch mal über Project Change Festival. Ja, und dann noch etwas in eigener Sache. Ahon TV-Seite auf Facebook. Geht doch da einfach mal rauf und klickt die Fan-Seite an. Würde uns riesig freuen, würde uns was helfen. Dann seid ihr unsere Fans und ihr werdet immer informiert über die Dinge, die wir in den nächsten Wochen produzieren. Also dann, schaut auf jeden Fall rein. Facebook und wir sind auch auf Twitter. Ahon TV. Auf Twitter sind wir übrigens auf Ahon TV Show. Also dann, viel Spaß und wir sehen uns nächste Woche. Und tschüss. Bis gut. cą Caritas glyber. Most riders. schlechtes. Also Deus. AfD 愿意. Vielen Dank.